Hi YouTube, hier ist Mimmi. Heute mache ich ein kleines Update Video und zwar, wie ihr seht, habe ich meine Haare abgeschnitten. Mal wieder. Ein bisschen von dem Türkis ist noch drin. Also ich habe die nicht abgeschnitten, weil mir das Türkis nicht gefallen hat, sondern ich habe das Türkis reingemacht, weil ich eh die Haare abschneiden wollte und dann habe ich gedacht, probiere doch mal aus. Haare kommen eh ab in ein paar Wochen. Dann dachte ich, das ist der richtige Zeitpunkt. Ich überlege aber auch schon hier unten noch ein bisschen Türkis wieder rein zu machen, weil ich finde das eigentlich ganz schön und wenn die Haare nicht so lang sind, braucht man auch nicht so viel, sondern kann halt im Verhältnis zur Länge der Haare so ungefähr vielleicht ab hier. Ich überlege mir das noch, aber ansonsten bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Das ist so ein Long Bob. Also die sind ein bisschen über Schulterlänge. Ich finde die Länge ganz gut, weil man kann immer noch einen Topf machen. Dutt kann man noch machen. Flechten kann man sie noch. Sie gehen auch noch so auf eine Seite. Was ich wegen dem Undercut auch wollte, dass es auf jeden Fall noch so über die Schulter zu werfen geht. Aber ansonsten ist ein ganz schönes Stück abgegangen, weil die waren ja wirklich bis hier. So, das war es eigentlich auch schon. Als nächstes Video werde ich, glaube ich, ein Favoritenvideo machen über die letzten Lippenstifte, die ich mir gekauft habe, glaube ich. Ja. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.